hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde brainbow auf dem timolia server und ja es geht auch schon los das spiel ich habe es auch schon wirklich lange nicht mal gespielt und wir spielen auf der map wie auch immer sie heißt ich habe null ahnung wirklich ziemlich gar keine aber das ist ja auch egal ich weiß dass hier die in meinem team ist und ich sie aber trotzdem boxen wollte warum auch nicht im kollegen boxen ist immer gut so wo ist denn der redstone block da in der ecke da versteckt sich der mal schauen ob man von hier treffen kann könnte man aber ich bin zu behindert dafür weil ich vergessen habe wie das geht mit den tnt weil das ja wirklich anders fliegt ich habe immer noch vergessen diesen kack zu ändern da stimmt gelb ist ja mein team ich bin einfach zu dumm moment ich muss kurz das resource paket ändern ja so du versteckst dich nicht hier drin nein 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 das tust du nicht das war so richtig schlecht von mir aber ich habe auch verdammt ewig nicht mehr gespielt alter ich habe noch kein einziges score gemacht früher habe ich immer die ganze zeit scors gemacht ich habe wirklich durchgehend die ganze zeit gescored und so weiter aber mein team kollege ist schneller ist auf jeden fall stark von ihm naja wenigstens haben wir jetzt mal einen score punkt gemacht ich vergesse immer dass ich team gelb bin ich bin einfach zu behindert dafür okay der dude hat es geschafft wo ist der nächste direkt bei uns in rot reingeschossen bei uns sieht es auch am besten aus also ich meine es kann sich alles sehr schnell ändern aber ist trotzdem ein sehr gutes zeichen und ich habe keine pfeile verdammt ich wollte ihn doch ich bin nur zufällig hat vorbei gerannt ich wollte dich beschützen verdammt noch mal und dann kommst du und snackst mich weg okay passt wenigstens habe ich den getroffen so sehr schön der nächste ist nein nein da hinten boom rot und getroffen wunderbar und noch mal getroffen noch wunderbar wer weiß es das wort gibt man das gibt es nicht aber naja wird dann auch mal auf team habe ich das kann weil ich auf dem roten block das war nicht mal beabsichtigt okay oh man das tut mir leid ich bin immer noch ein bisschen erkühlt erkältet ja du kleiner hier ist noch einer lag immer wieder so richtig doofe lags ah verdammt ich wollte noch schnell in die mitte zudem okay wenn der kollege das jetzt macht dann kann ich ja okay sehr gut ich beschütze das hier mal aber verdammt nein okay passt dachte schon ich hätte jetzt verloren aber wir haben in fünf minuten gewonnen und ich bin trotzdem top scorer läuft passt okay ich dachte ich habe verkackte am anfang der runde habe ich auch verkackt vom scoren her aber ich habe es doch noch rumgerissen und ja ich würde sagen da mache ich noch eine runde ich meine das war jetzt wirklich sehr 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 kurz kämpft nun für team gelb okay passt hotel p auch geiler name ein redstone block ich habe keinen bogen okay die skins habe ich auch noch gar nicht gesehen okay wäre interessant von wem das ist von also von wem die skins sind und nein nicht die map aha doch es ist eh wieder direkt in der mitte ich genius so dann hole ich mir das mal kurz und versuche in team rot zu treffen und habe ich auch geschafft das gefällt mir sehr gut und dann wo ist das nächste rote teil der ist in meinem team das nächste ist wieder direkt bei rot wie sie das nicht mitbekommen äh ne wir sind gelb treffe ich in das blaue das wäre richtig okay habe ich gibt ich habe getroffen eiskalt das war ein mega geiler schuss in der mitte ist er nicht okay passt dann schauen wir wo ist da hinten komm schon komm schon kollege wie auch immer du heißt du schaffst das monster blume 20 und wenn die wenn wenn die neo geschafft das okay ich habe es geschafft ich habe keine pfeile okay passt ich hatte keine pfeile mehr alter mega schock für mich ich will das so gerade rein schießen so chillig easy und auf einmal kann ich einfach nicht schießen weil ich keine pfeile habe ich habe keine pfeile mehr aber ich habe sie wenigstens gut geschwächt das tnt ist wo ich sehe es nirgends glaube es ist vielleicht hier ja dann gehen wir auf blau ach so geil irgendwie keine ahnung wenn man schon mal wenn man mal drin ist dann kann ich mega gut irgendwie mit dem umgehen mit den tnt oh das war wunderschön dann nochmal ah verdammt das hat ein anderer gemacht aber er hat auch nicht getroffen dafür aber das war mega geil aber ich habe auch nicht getarget getargetet oh verdammt und getroffen sehr schön okay der ist direkt wieder bei uns ich weiß nicht wo ich okay ich wusste es ungefähr habe auch getroffen der redstone block ist wo ah direkt da ui schaffe ich das noch ich weiß nicht ob doch doch die wissen was da ist ah verdammt ja 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 habe ich getroffen ich wusste nicht wo ich hinschießen muss oh wie geil ich habe getroffen alter mega geil alter irgendwie hat er gelaggt alter mega score runde von mir richtig cool da hinten vor allem normalerweise treffe ich bei denen nicht so gut weil die so klein sind die score bereiche aber irgendwie gerade eben läuft und wenn der getroffen okay passt der hat nicht getroffen wäre aber auch zu geil gewesen wenn der getroffen hätte ich habe das gefühl da ist das oh verdammt da kommt ein grüner okay mach du los triffst sehr schön gut gemacht der typ da oben nervt mich richtig du kommst jetzt bitte da runter ich glaube ich habe nicht getroffen aber der könnte treffen auch nicht schade das lag der alter oh ich bin oben ah verdammt das gibt es doch nicht sehr gut wenn wir wenigstens sie einfach mal fertig machen und die da oben einfach nichts machen währenddessen sind sie selber schuld wenn sie dann zu verlieren ja gehen wir mal darauf ich hoffe die trifft jetzt wenigstens meine teamkollegen können ja eigentlich auch noch was machen so jetzt sind die auch weg von hier oben und die hatten nicht mal mehr am bett und die hatten nicht mal mehr am bett wie geil fuck der hat getroffen oh man ich hätte den einen schuss nicht versemmeln dürfen das wäre so perfekt gewesen aber wirklich so perfekt nein komm den muss ich treffen ok passt jetzt verteidige ich einfach nur das die da unten ah verdammt warum auch immer der das gemacht hat es war gar nicht mal so schlecht und der ist wieder da oben also von dem Ich hoffe, der trifft jetzt wenigstens und ich habe gerade vergessen, dass ich aufnehme, irgendwie. So. Jetzt ist der da oben irgendwo und versteckt sich wahrscheinlich. Der versteckt sich hier oben jetzt hundertprozentig. Richtig mies, irgendwie. Aber naja. Ich muss den jetzt hier irgendwo finden. Verdammt, da komme ich jetzt auch nicht mehr rauf. Also nicht so einfach. Oh Mann, wo versteckt er sich? Ich weiß, er ist hier oben. Aber die Frage ist, wo hier oben? Hier oben gibt es genug Orte, um sich zu verstecken. Jetzt sind wir zu zweit oben, wetten wir, er kommt dann irgendwie runter zum Redstone-Block. Und scoort den bei uns rein und dann spielen die wieder weiter. Der sneekt hier oben doch hundertprozentig irgendwo. Wochenmensch, leute. Das ist nicht cool. Hier ist er auch nirgendwo. Der Typ ist auch hier oben. Ich glaube, es ist dieser Kaiser Lüchte. Im Prinzip könnte er sich auch irgendwo da unten verstecken. So muss man das halt erstmal finden, da wo er genau ist. Mal schauen, ob er hier unten irgendwo ist. Und ich werde garantiert nicht lieben. Vielleicht mache ich hier einen Cut rein. Aber ich glaube, ich werde keinen... Ich glaube, ich werde keinen Cut machen. Der ist ziemlich sicher kein Hacker und ist weggeflogen, denke ich mir. Er hat sich nur irgendwo da versteckt. So, schauen wir mal. Hier unten vielleicht. Ja, ich nehme hier auf dem Erbi-Kanal auf. Beziehungsweise, da wird es drauf kommen. Und du, Trottel-P, mit dem relativ coolen Namen. Machst du hier gerade eine nicht sehr coole Aktion. Ich habe das wirklich lang nimmer gespielt. Und ich vermute, dass du da hinten irgendwo bist. Aber... Irgendwo oben. Aber... Ja, ich habe es mir gedacht, dass du da bist. Aber ich habe dich aus irgendeinem Grund nicht gesehen. Was ist der denn wirklich hier? Ah. Ja, okay. Er wird mich wahrscheinlich töten. Weil ich einfach nicht so gut bin. Aber naja. Ich habe es mir schon gedacht. Wenn er sich da so in die Ecke vergräbt. Dann hat er nicht so... Hat er bessere Chancen, oben zu bleiben. Aber ich finde das nicht so eine coole Aktion. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kurz ist es schon lustig. Aber über die längere Zeit zieht sich das nur. Vor allem für mich längere Renderzeiten. Dann kommt das Video heute noch später. Meine Base ist dort. Und ja. Und ja. So, hoffentlich kommt es heute noch. Ich werde mich jetzt noch gleich ans Schnaden und Render setzen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Top Scorer, das war... Das dazwischen war wirklich nice. Es ist letztendlich zwar nur 10. Aber... Ich habe da einfach so hintereinander so Kabär und Kabär und Kabär. Aber auf jeden Fall. Wenn das Video euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und vielleicht auch was in die Kommentare schreiben. Über Kommentare freue ich mich immer sehr. Und ja. Dann bis zum nächsten Video. Und ciao.